heyo leute hier ist euer soko und ihr könnt es sehen im hintergrund forza horizon 2 am start und ja ich habe ihn mir endlich gegönnt den porsche 918 spider ich habe den hier schöne lackierung gegeben schön so schwarz glanz und halt ja neon bremsen und die die streifen ihr bekommt angeschossen der hat ja und dann dachte ich mir der ist on stock also ich habe dann nichts daran geändert der war auch teuer genug 700 und 1000 und ja ihr wisst ja selber ich habe ja meistens die traktionskontrollen und so aus können wir mal im testen die ist aus das ist nochmal hatte mal gut geklappt hier so ja und dann dachte ich mir wir fahren jetzt einfach mal ein ründchen und guck mal wie die karre so fährt wie gesagt ich kann jetzt nicht top racing machen wenn ich top racing machen will und richtig zeigen will was die karre an speed und so bringt muss ich definitiv die sperren wieder rein machen also damit ich die traktion auch richtig auf die straße bringe haben wir nicht wir haben stabilisator aus traktionskontrolle aus und gucken einfach mal wie der sich verhält das ist ja eine allradkarte wie er sich verhält und wie er trotzdem rutscht wir fahren jetzt mal los hier und leute passend oder fängt an zu regnen aus egal wir gucken jetzt einfach mal wieder sich hält ich versuche jetzt extra nicht in den drift zu gehen sondern guck einfach wie gut er sich ja bei regen und ohne die sperren hält auf der straße wenn ich jetzt mal ab fliege dann alles testzwecke wie dunkel das wird sorry da kann ich nicht mehr rüber da rutscht schon ein bisschen aber ich finde er hält sich ohne und das habe ich gebremst wo ja gut selbst schuld seitenstreifer wenn ich jetzt ganz normal gas gebe in der kurve muss ich sagen wenn ich jetzt ein wheelspins machen aber ich muss sagen wenn ich jetzt gerade nicht bremse oder so oder fußes lab das ist keine richtige straße ich brauche der straße mit dem auto muss ich eine straße haben leute der sound geil er lässt sich eigentlich sehr gut händeln wenn ich jetzt vielleicht wieder mal straße hätte noch besser mal gucken ob ich jetzt die tage organisiere ich mir mal das porsche dlc für forsa 6 das gebe ich jetzt nämlich auch und wenn wir da auch mal der porsche fahren so leute da vorne links ab müsste doch endlich mal der straße sein ja so auf die straße wir brauchen asphalt und vielleicht bräuchte auch mal wieder gutes wetter und der sound ne da war zwar nur ein kurzer tunnel aber ich fahre nochmal dadurch ich finde sound geil leute hört ihr euch dann nochmal genau an jetzt hinhören noch mal noch mal da fährt er wieder der hatze so gekonnten drift hier mal eben einfach geil die karre lässt sich super standard handeln obwohl halt wie gesagt die sperren aus sind das hört er gleich noch mal schnellen sound und geil richtig geil die karre und wir haben wir eben fast 300 am tacho die karre geht richtig steil oh shit da habe ich zu früh eingelenkt so das lassen wir mal ein bisschen rutschen näher jawohl kommen wir auch um ja ein bisschen mit dem heck durchs grüne flügelchen hoch vor uns fährt in italia hallo hört sich auch geil an oder der fahrer vor uns mir egal dann vorbei gib ihm wo geblitzt mal wieder Stoff geben hier forget auch und endlich wieder schönes wetter dann könnte ich mal irgendwie Sicht mal können wir mal gucken genießen Allein der Sound, ne, Leute, der Sound Und Ich muss einfach immer wieder sagen Die Grafik von Forza Und egal ob das Horizon ist oder 6 Oder sogar 5 Einfach geil, Leute So, wir sind jetzt in der Stadt Das heißt, wir können ja mal vielleicht ein paar Ein paar Drifties machen Wow Ja, der ist halt noch nicht so gut zu kontrollieren Ich hab den Sturz und so alles nicht eingestellt Das ist jetzt Reines Driftverhalten Mit Werkseinstellung quasi Tuck, tuck, tuck Geil Anzeh, nee Alter, mach dich doch weg mal Dieser Hatzel Der fährt der ganze Zeit mit diesem komischen Karrener Hier gegen Ja, nochmal kurz mit dem Heck getitscht So Bisschen in den Gegenverkehr Oh, quasi Geil Das ist ein Slaptrain Da ist er Der Peter Oh Gott Sorry Erstmal hier Mega durch die City Knallen Das ist eine ideale Stelle Um den Wheelspin mal zu machen Machen wir einfach mal Machen wir den Wheelspin Habe ich noch einen Oder Ich guck nochmal nach Guck mal da Ich hab hier Nachrichten Storm Island Da hatte ich ja auch gesagt Storm Island, Leute Storm Island gehen wir demnächst auch hin Auf jeden Fall Ich hab keinen Wheelspin mehr Ich hab nur Fahrspaß Ne Okay Wir machen mal die Ansicht Dass wir die Ja genau So Ich finde es hier immer faszinierend, wie geil die Spiegelungen aussehen. Und dann wirkt doch schon, gerade in der City hier, sehr schnell, Leute. Wow. Bam, weg mit den Dinger. Ja, komm. Putz die Toppflanzen ungejagelt hier. Der sieht so geil aus, ne, Leute. Aber, dazu muss ich ja nochmal... Er weiß auch nicht, wie man Evolution schreibt, oder? So. Hier ist auch Festival. Und da können wir auch meine Fahrzeuge wechseln. Jo, ein bisschen Musik, da muss ich jetzt ein bisschen sabbeln hier. Wow, Party, 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 Party. Hier gehen wir erstmal eben ja schnell rein, betreten. Denn ich habe ja hier auch noch eigentlich ein Auto, wo ich sagen muss, der mir selber gerade so driftmäßig und so ein bisschen besser gefällt. Ist aber auch Porsche. Falls ihr jetzt hier irgendein Auto seht, wenn ich hier schnell durchblätter, den ihr gerne mal sehen wollt oder so. Das sind wirklich die Fahrzeuge, die ich besitze im Game. Und da kann man bestimmt mal was machen. Aber ich suche gerade der... Wo ist er? Wo ist er? Ja, der Moor-Königseck. Nice. Nein, 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 nein. Was ist das denn? Guck mal hier, ne? P1. Haben wir alles am Start. Auch eine geile Karre. Ähm. Hier ist mein YOLO. Der ist... Der ist wirklich YOLO. Aber ist nicht mein schnellster Wagen. Den... Mit dem haben wir auch schon mal ein Drift-Video gemacht. Deswegen sieht er auch so Anime-Style richtig geil aus. So, aber... Da, 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 da. Da ist er. Oh, ich liebe den. Der hat so einen puren Renn-Sound, Leute. Ja, ich muss mit dem... Ich muss mit dem noch eine Runde fahren. Ähm. Ja, verlassen. Jetzt muss ich ein bisschen sabbeln. Dann kommt wieder Musik hier. Festival-Mucke. So. Und der Sound, ne? Ist der RS4. Ein Sauger und Renntechnik vom Allergemeinsten drin. So, wir fahren mal relativ gerade. So, jetzt hier. Klar, ist der 918-Spider schneller, ja? Aber der fährt sich ganz anders. Vom Gefühl her. Der reagiert direkter. Hey, Butze. Die Roller, die habe ich, glaube ich, letztens schon mit dem Ding ganz umgenietet, ey. Mit dem Jaguar. Geh, keine Ahnung. Geh mal. Hier, hört er richtig, ne? Wie der zieht. Geil. Jetzt hört er nochmal richtig. Der Sound. Alter! Da haben wir, glaube ich, gerade McLaren zerstört. Ich gehe mal kurz gucken. Oh, ne. Ich habe kein... Da war ein Ding, der ich nicht zerstört habe, glaube ich, oder? Ist das ein... Ein Lambo gewesen? Ich sehe das gerade nicht. Ne, ist ein Ding. Das ist McLaren. Komm, Double. Ja, Leute, ne? Jetzt nochmal den geilen Modus, den alle so cool finden. Den Fotomodus bei sämtlichen Spielen. Man kann die UI hier einfach ausblenden. Und dann... Das sieht so derbe geil aus. Und ja, mit der Ansicht von dem geilen Karren wollte ich mal ein kurzes Forza-Video bringen und halt euch sagen, dass ich demnächst bei Forza 6 auch Porsche fahren werde. Haut rein, euer SoCruuser. Tschüss